Mit einem Schwanz, der den Großteil des Körpers ausmacht, klettert das Vögelchen fröhlich munter am Baumstamm entlang. Dieser niedliche Piepser ist eine Schwanzmeise. Die Schwanzmeise gehört zu den kleinsten Meisenarten. Sie ist mit ihren 15 cm zwar größer als die Kohlmeise, aber nur, weil ihr Schwanz bis zu 10 cm lang werden kann. Der Körper selber ist sehr klein und rundlich, was ihr ein sehr niedliches Aussehen gibt und sie mit bis zu 9 g zu einem richtigen Fliegengewicht macht. Der Bauch der kleinen Piepser ist weiß, mit schwarzem Gefieder im Rücken und Nacken und rotbrauner Pärbung auf Schultern und Flanken. Der lange Schwanz ist schwarz mit weißen Streifen. Die kleinen Meisen sind immer in Bewegung und nie lange an einem Ort. Oft kann man sie kopfüber in Ästen von Hecken und Bäumen erkennen. Dabei bevorzugen sie Wälder mit viel Unterholz und gebüschreiche Parks und Gärten. Aber auch in Städten kann man die kleinen Vögelchen teils in großen Trupps entdecken. Die Schwanzmeisen, die in Mitteleuropa leben, sind Standvögel und bleiben somit das ganze Jahr. Die Population aus nördlicheren Ländern zieht hingegen im Winter in wärmere Gebiete in Mitteleuropa. Zu erkennen sind die Zugvögel an ihrem auftauchenden großen Gruppen und ihrem komplett weißen Köpfchen. Ernährend tut die Schwanzmeise sich von allen möglichen. Darunter sind zum Beispiel Insekten, Larven, Spinnen, aber auch Blattläuse und Semmereien. Wer im eigenen Garten ein paar Schwanzmeisen entdeckt hat, kann sie gut mit Meisenknödeln oder auch Erdnüssen füttern.